Musik Ich bitte einen Gegner in die Roten, er kommt von der Fight Lounge aus Dortmund. Patrick Lieder! Ringfighter zur ersten Runde, Round 1! Rund, 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 Rund! 2, 3, 2, 1 Ich bin der Böden. Ich bin der Böden. Ich bin der Böden. Ja, genau. Jawoll! Jawoll! Rechte gerade linkes. Komm! Rechte gerade linkes. Komm! Ja! Führhand! So machst du den Kampf! Führhand! Ja! Führhand! Ja! Bravo! Bravo! Ach, Coronavirus! Bravo, bravo! Come inbili! Ow! Hey! Hei! Hey! Hey, undiris! Ja! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mit 2.000 Rund 2 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 mit 2.000 Rund 3 Ja, ja, ja! Ja, 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 ja. Geben! Komm schon! Geben! Wiratokow. Boll! Ja, nix. Komm! Hey, hier, Patrick. Heber drin, komm! Recht, komm! Mach der dich! Ja, mach! Komm! Das geht doch! Komm! Komm, wir mal, ich soll's dritten. Weiter, weiter. Der ist müde! Steck, super! Weitere, die Lüge! Komm, wir mal, komm! Komm, wir mal! Komm, wir mal, Heber! Vielen Dank. Die Fabrice haben entschieden, Sieger nach Punkten, die rote Ecke, Pate Lina. Die Fabrice haben entschieden, Sieger nach Punkten, die Rote Ecke, Pate Lina.